er ist ein bisschen nervig wo ich muss ja eigentlich gar nicht schleichen kann ja hier ganz normal in meiner wege gehen so bauen wir uns hier ich weiß nicht mit dem kamin da wäre ich hier bei so einer holzbuche sehr vorsichtig nicht dass hier der gute förster irgendwann anfängt zu weinen weil alles brennt und dann fängt natürlich der laudagent an zu weinen weil dann bekommt er keine holzstämme mehr für seine mauer so dann haben wir das jetzt beendet fein wie machen wir das da kommt mir ein gedanke wie ziehe ich das durch egal ich habe den gedanken jetzt erstmal gefasst ich muss mir den mann notieren sekunde so gut 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 nicht gut knut da muss ich jetzt gucken wo hatten wir hier angefangen diese karte ist ja dieselbe zwei frei dach 1 2 dach das geht ja dann quasi nur zwei stück das ist ja einfach das ist ja einfach hier da könnten dann sogar noch die stufen lang wenn wir glück haben so hier haben wir ja gesagt gehen wir dann da so lang hier haben wir wie haben wir das gemacht das ist eine gute frage wo ist der falsch gesetzte hier wie haben wir das gemacht 1 2 3 und dann kommt normale prümpel prümpel 1 2 3 hier kommt eigentlich der normale prümpel ja quasi prümpel super haben wir hier ein fenster ja da der prümpel gerade etwas verwirrt der prümpel und dann geht das eigentlich hier auf der linie komplett weiter so das ist ja dann quasi dass der die das letzte jawolle das dach ist eigentlich fast so ziemlich fertig jetzt was wir jetzt noch machen können ist hier die stufe mit einsetzen und dann können wir hier noch zu machen aber können wir stufen für nehmen dann nehmen wir stüfeleins weil da kriegen wir mehr draus hat jetzt einfach nur den hintergrund dass wir material sparen der alte spar fuchs so das wird aber auch dicke nicht reichen da müssen wir noch mal ein bisschen mal ein bisschen schnell im auge kratzen airdrop ach ne falsches spiel ach ich freue mich so gigamäßig das glaubt man mir gar nicht es ist halt ja keine ahnung jetzt mit der neuen grafik und so weiter und dadurch dass endlich mal ein bisschen schwierigkeitsgrad mit dazu gekommen ist ist natürlich jetzt eine ganz andere hausnummer für mich ne so lassen wir sehen das sind fast drei stecks dann warten wir kurz auf den ein oder anderen zeppling ich kann noch mal ein bisschen tee nachgießen so nein 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 ich möchte jetzt nicht stream danke setzlinge kommt schon viele oh hallöchen hier war aber schon mal jemand wer weiß wo das hinführt so home sweet home setzling komm schon wir haben einen schwarzeichen einen eichen und zwar 21 akazin komm wir haben 21 stück komm dann dann so ja wie brauche ich denn den lastenkran ist eine gute frage könnte man mit zäun eigentlich machen Gucken, wie das dann aussieht So, jetzt Jetzt wird es dann natürlich dunkel Ich hoffe, in der Zwischenzeit Spawnt da unten nichts Naja, falls doch Werden wir töten Einfach mal ganz spontan In die Fresse hauen Der erste Schlag muss sitzen Kennt man ja Ich wollte gerade sagen, so ein Oberlicht Wäre doch übergeil, aber Hat sich gerade erledigt So Hier kommt auf jeden Fall Dann irgendwie was rein Wie machen wir das? Dafür müsste ich jetzt Dann erstmal wissen, wie hier innen Überhaupt die Raumaufteilung ist Und dann müssen wir hier mal gucken Wie wir hier den Fußboden machen Aber, warte mal, ich glaube da haben wir Irgendwas noch unten liegen Mal schnell runtergesprintet Ähm Ja, toll Wir haben echt nicht viel Bürger mitgebracht, verdammt Gut, das heißt Wir werden uns morgen Was ist denn jetzt? Sekunde mal kurz So, Entschuldigung Das heißt Äh, wo ist mein Stift? Da Äh, komm her Nicht wegrollen Muss ich mir schnell notieren, dass ich das rausschneide So, jetzt Entschuldigung Äh, das heißt Wir gehen jetzt erstmal eine Runde Äh, pennen Und werden uns am nächsten Tag Zur Schwarzen Bergfeste aufmachen Um ein bisschen Birkenholz zu holen Oder Tropenholz Gute Nacht So, guten Morgen Aber ich glaube dadurch, dass es halt da oben Echt nur ein Lager ist Würde ich, werde ich Äh, Tropenholz benutzen Haben wir noch einen Tropenbaum da? Hier Sehr schön Da arbeiten wir uns dann mal schnell hoch Eigentlich könnte ich auch hier diesen Weg hier nehmen So, jetzt mal für alle versierten Minecrafter, die das noch nicht wissen Wenn ich, äh, eine Leiter oder eine Liane oder sonst was hochgehe Ähm Wenn ich irgendwo auf einer Höhe bin und ich drücke Schleichen Dann bleibe ich auf dieser Höhe stehen Ne? Also, da kann ich mich frei bewegen und muss nicht immer gucken, dass ich auf einer Höhe bin Bei Leiter und Lianern Äh, Lian einfach Schiff drücken Also, Schleichen Bei mir ist Schiff Schleichen Weil es da zu irgendwelchen Komplikationen jetzt mit der Verständigung kommt So, Sekunde Ich muss mal Gleich ganz dringend ein Schlückchen trinken Weil, ich weiß nicht Irgendwie habe ich heute einen absoluten Frosch im Halst Das ist hier schon nicht mehr Körmert Das ist schon abartig So, Entschuldigung Und das an dem Tag, wo ich viel aufnehmen muss Ai, ai, ai Was heißt muss Ich will endlich mal wieder ein bisschen viel aufnehmen Damit ich jetzt Quasi auch mal so ein bisschen, ähm Die andere Seite des Lebens dann genießen kann Was heißt genießen Ähm Ihr wisst, wie ich es meine Ich nehme jetzt einfach ein bisschen was auf Damit ich dann die nächsten Tage Gar nichts tun muss So ist das gemeint Einfach mal Mojang Guten Mann sein lassen Sagt man ja auch hier Und mal nichts tun Füße hochlegen Abschnachen So, es wird um reichlich Setzlinge gebeten Wie immer bei Tropenbäumen Sieht irgendwie verstörend aus Dieses komplette Bild Ach ja, oh Ich sehe schon den ersten So, aber das dürfte eigentlich jetzt Reichen Was wir hier an Setz Äh, nicht Setzlinge An einen Tropenholz haben Ja, über einen Stick Ne, genau ein Stick Ne Machen wir uns erstmal hier so Naja, schon drei Setzlinge Komm, noch einer So Und ich trinke noch mal ein bisschen was Entschuldigung So, was ist jetzt hier mit meinem Setzling hier Vielleicht auch noch Einen zusätzlich Wenn wir schon mal dabei sind Egal, da hüpfe ich dann von oben halt schnell runter So, aber dann legen wir da oben einen Tropenholzboden hinein Hier Hier so Obwohl, den da Den kann man mit Dreck auskleiden Da hole ich mir Obwohl, da brauche ich eigentlich gar nichts reinlegen Da brauche ich gar nichts reinlegen Weil da nichts spawnen tut So, aber ich glaube Wir werden doch das komplette Holz verwursten müssen Ist ja doch ein bisschen Fläche, was wir hier haben So, aber der erste Steckholz ist schon weg So, ich schmeiß hier trotzdem mal schnell die ein oder andere Fackel Mit dazu nicht, dass hier noch Eine ungewollte Spawnung stattfindet Das wollen wir ja nicht Stein um Stein Mauer ich mich selber ein Ähm, mehr Ach ja, die Chinesenmelodie Obwohl, Chinesen, Japaner Ich weiß nicht Es sind ja prinzipiell eigentlich zwei Also wenn man es genau nimmt Zwei unterschiedliche Völker Aber wo dann die Unterschiede liegen Klar, in der Kultur Und was weiß ich Aber wieso Chinesen und Japanen Okay, das ist wahrscheinlich wie Deutsche und Österreicher Jetzt mal überspitzt gesagt So, soll es natürlich keine Beleidigung sein Die Seite könnt ihr euch aussuchen Sind ja hier unbürokratisch Ähm, Tropenholz Ja, ja Ja, aber Leute Ein wenig Pläser Muss auch sein So, aber dann ist hier oben ein schöner Schöner Lagerraum Eigentlich könnte man hier noch eine Etage höher gehen Ne, gehen wir nicht Sonst sieht das doof aus Und ich will nicht, dass es doof aussieht Ich will, dass es gut aussieht Bin ich ja gespannt, wie es jetzt dann aussieht So, wo ist es hier Oh weh Weh, weh Wenn ich sehe Wie dann mein Stack immer weiter runter geht Oh, bitte reiche Bitte reiche Es reicht Schön Toll Gar wundervoll So, dann haben wir den Boden jetzt auch schon Alter, heute geht es voran Das ist ja der Wahnsinn So, doch Kann man so, glaube ich, ganz gut annehmen Dann pass mal obachten Wir brauchen trotzdem mehr Akazie Akazie, Akazie, Akazie Akazie